Julen Lopetegui ist einer der Senkrechtstarter dieser Saison. Erst im vergangenen Sommer übernahm er den Trainerposten des FC Porto. Jetzt steht er kurz davor, mit seiner Mannschaft ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. Das 3 zu 1 aus dem Hinspiel, eine gute Ausgangsposition. Doch der Coach war vor verfrühter Euphorie. Wir spielen gegen eins der besten Teams der Welt, sind sehr fokussiert. Wir haben große Ambitionen und freuen uns, gegen Bayern München anzutreten. Wir wissen, dass es eine schwere Aufgabe wird, aber wir werden alles versuchen, um die richtigen Antworten zu finden. Denn es gibt keine Alternative. Mit Pep Guardiola spielte Lopetegui zusammen beim FC Barcelona, konnte sich im katalanischen Star-Ensemble aber nicht durchsetzen. In seiner bisher relativ kurzen Trainerkarriere wurde er hingegen mit der spanischen U19 und U21 Europameister. Jetzt trainiert er in Porto Superstars wie Cuaresma und Martinez. Ich kenne ihn wie ein Typ, er ist ein super Mensch. Julen ist eine exzeptionelle Person. Ich freue mich, dass er weiter in Porto ist. Er ist sehr, sehr gut. Der Halbfinaleinzug wäre ein erstes Ausrufezeichen des spanischen Trainers im europäischen Vereinsfußball. Wir können auf alles stolz sein, was wir in dieser Saison in der Champions League erreicht haben und werden alles tun, um weiterzukommen. Wir werden hart auf dem Platz arbeiten und alles in unser Spiel investieren. Der FC Porto stand zuletzt 2004 im Halbfinale, marschierte anschließend zum Titelgewinn in der Arena auf Schalke. Das Finale in diesem Jahr findet wie damals wieder in Deutschland statt. Ob Julen Lopetegui von Porto aus so eine Weltkarriere starten kann, wie der damalige Trainer Jose Mourinho, muss sich allerdings erst noch zeigen.